Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Heute zocken wir eine weitere Runde Pavlov in der deutschen VR-Gemeinde, meinem Discord mit über 3300 deutschsprachigen VR-Mitgliedern. Und ja, wir schauen mal, wie wir uns heute schlagen. Da sind natürlich immer ein paar Pro-Gamer dabei, wo du tot bist, bevor du überhaupt respawned bist. Aber das kennen wir ja alle. Also es ist auf jeden Fall spaßig. Ich bin überhaupt ein Anfänger und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn noch mehr Anfänger mal auf den Server kommen und mitzocken, damit man dann auch irgendwann mal so Gleichgesinnte hat. Also mehrere, sage ich jetzt mal, die das mal gelegentlich zocken. Da wäre ich auch froh, wenn ihr mindestens 18 Jahre alt seid, dann unter dem Video ist der Link. Kommt auf den Discord, deutsche VR-Gemeinde. Ich bin der Wut, aber mir gibt es alles zum Thema VR und VR. Danke an meine Sponsoren WoodGhost, VR-Opermone-Events, Peter Wars, Meier Ceyronix, Andi De Felser und VR im Wessador. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. Oh, 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 oh. Was? Let's go. Free Outfits. Gib mir Outfits. Und jetzt? Warte mal, warte mal. Ich nehme ich mir das. Was? Das Outfit. Und jetzt hier einfach runterspringen oder was? Krasser Scheiß. Sollte ich mich in den Discord stumm schalten? Hier kommt die Mood. Wir bleiben erstmal hier. Bei so einem Spielmodus ist es sehr witzig, wenn wir uns alle hören. Oh mein Gott. Muss ich den Fallschirm ziehen? Muss ich den Fallschirm ziehen? Nein. Okay. Dann sollten uns, glaube ich, eher alle in Ablauf zu nehmen. Ja. Warum finde ich nur den Server nicht? Äh. Wie kann man das muten überhaupt? Ich guck mal. Mit normalen Sicht und alles. Warte mal. Vote und Mute. Mute? Ja, nee, dann kannst du, äh, Leute... Nicht klar, oder? Nee, warte. Ah, du kannst einfach alle anklicken und dann auf Mute gehen. Ah, ich bin aus der Person. Das ging ja schnell. Super. Also einfach ins Menü rein, dann auf Vote und Mute, dann auf Mute und alle ausmachen. Also, ich muss sagen, ich bin's einfach. Super. Direkt außer der Person. Ab keinem Rapport. Jetzt habe ich es. Wie läuft man hier? Oh, shit. Auf welchem Server seid ihr denn jetzt? Battle Royale. Auf dem Voodoo Battle Royale. Ist hier auch irgendwie das Lichtfall? Schlimmsten Spielmodus, das wir zu spielst. Ach, das kann doch nicht sein, ey. Ey, wie schnell geht das denn? Das ist ein Teilbild, ne? Kann man hier einfach nicht ins Spiel oder so? Wie läuft man in dem Spiel? Ich hab keinen Plan. Famsen. Ich weiß nicht, was das schönkontrolle ist, also. Du musst immer ganz wild auf der Stelle hüpfen, dann läufst du vorwärts. Ja, okay. Ich lauf einfach so lange vorwärts, bis man gewandt. Probier das doch einfach aus, das ist doch alles nur eine Ausdruck. Dumm, die Dummen, die Dummen. Ja, stimmt. Sag mal, bin ich vollkommen dumm, ich finde keine Wacht. Hallo, hier ist jemand in der Bank, wollen Sie was kaufen? Was hast du da? Kannst du Geld anlegen? Toll, ich hab ein Messer gefunden, was soll ich denn mit dem Scheiß? Nein, du, ich weiß nicht, wer das ist. Aber? Hallo, guys. Ich bin einfach so richtig schön. Ich bin in die Zone. Jungs, ey, mal kurz ins Kreuzfeuer. Ich will doch nur eine Waffe. Hä, gibt's hier irgendwo eine Karte, oder was? Ich hab einen Postkarten gefunden. Entschuldigung, Boy. Ach, ist ein Antrank. Hey, ich scream. Nein, ich hab meine Einzelammo weggeworfen. Warum sagt ihr mir nicht, dass es hier keine Infinite Ammo gibt? Wieso will ich denn, dass du dich gefragt hast? Warum haben wir keinen Haushang gemacht? Oh, scheiße, scheiße, fuck, es wird kleiner. Leute, das ist Battle Royale, das kennt doch jeder von Fortnite, das ist nix anderes. Fuck, 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 fuck. Jetzt warte doch mal. Warum sind die alle? Ich bin ganz froh, dass du da bist. Wieso sind denn alle so aufgeregt hier? Ich weiß gar nicht. Ich verlasse dir jetzt alles einfach. Aber wieso habe ich keine Waffe, ich bin noch gar nicht drin, glaube ich, ne? Kann das sein? Ach, sehr lange gezeigt. Kacke, kacke. Wenn du noch deine Kontrolle siehst, dann bist du noch nicht im Spiel, dann kannst du nur zugucken. Ach, deswegen. Wien, hör ich dir mal. Ich hab alle gemütet. Ja, das Problem ist, auf dem Server 20 Leute, es werden aber nur 10 auf der Liste angezeigt, deswegen. Ah, das ist der Kacke. Müsse ich auch ein paar Geister hier rumlaufen. Ja, ja, ich... Ja, wuuhu! Nein. Ey, du bist so einfach... Ich schlafe ich leider. Wie hast du denn das jetzt geschafft? So sieht es nämlich aus. Können wir ändern, warum diese verdammte Winstnachricht so bescheuert steht. Oh, ich will ihn kosten, oder was? Ich hab nen Hut. Wie kann man denn diesen bekloppten Hut nehmen? Ich hab noch ein Trigger. Wie... Ah, jetzt mach ich diesen skinnen. Trigger? Also bei Oculus ist es ein Trigger. Vielleicht falle ich Hülper. Fundst nicht. Oder hab ich den jetzt auf? Hab ich den auf? Also ähm... Hab ich den Hut? Hab ich den Hut auf? Ja, du hast den auf. Du hast so'n Katzenhut auf. Ey, wie... Wie nehm ich den Hut auf mit dem Vive-Control? Da kann ich jetzt dann erklären. Ey, jetzt habt ihr den geklaut. Jetzt ist er weg. Ich war's, tschüss. Verdammt. Der Mann hat... Mit den Index-Controllern geht das nicht. Ja, mit den Vive-Controllern irgendwie auch nicht. So, ich springe denn mal. Yay. Oh, kacke, Mann. Es geht nach unten. Ich glaube, ich muss brechen. Juhu. So was macht man wieder. Also, falls jemand was kaufen will, ich springe. Weil ich springe jetzt ein bisschen. Ist das krass, wenn ich echt... Ich brauch ne Waffe, Leute. Hä, wie geht's in den... Hä, was ist das denn? Oh, kacke, Mann. Kann mir in der Klemmung zum Fick ich mit den Vive-Controllern springe? Man kann springen. Du kannst im Relive bisschen durch den Raum hüpfen, wenn du dich scannen möchtest. Mit den Vive-Controllern geht das nicht. Musst du ein Trampolin hinstellen. Ja. Das bestimmt witzige in VR, wenn er einen mit dem Trampolin rumhüpft. Kann ich denn diesen Scheiß hier holen? Eine Scheiß-Gitarre. Oh, hier ist so niemand. Was eine Gitarre? Immerhin. Ja, ich kann so... Ja, und ich hab mich schon über meine Pistole geärgert, ey. Ich hab noch gar nichts. Die sind einfach viel zu wenig Waffen. Ich hab nichts und hier drin ist das Dunkel. Ich hab eine Waffe gefunden, Leute. Ich hab eine Waffe gefunden, Leute. Ja, ich hab eine Waffe gefunden, Leute. Ja, ich hab eine Waffe gefunden, Leute. Ja, ich hab eine Waffe gefunden, Leute. Und dann auf Community-Server gehen und dann? Und dann auf Voodoo? Ja, Vetter Royale. Vetter Royale, genau. Alles klar. Oh, ich hab keine Waffe. Will mich irgendjemand aufnehmen, bitte? Oh Mann, du hast das. Ich würd gerne lieber eine Waffe aufnehmen. Ah, danke. Lieber mich, äh, lieber eine Waffe als mich, ne? Das gibt dir ab. Also, das kann doch... Hast du dir selber in die Luft gejagt? Hier gibt es echt viel zu wenig Waffen. Ich hab eine Mission mehr. Ah, das ging ja gleich gut los, ey. Das läuft ja gar nicht. Ey, komm her, renn ich weg. Wie sprich nur nicht. Kann man eine Wand für, kann man sprinten? Warte mal, warte mal. Ey, wie kann man mit dieser Waffe zielen? Ich bin... Du hast mich gerade irgendwie durch eine Wand gesniped. Snipe, snipe. Kann man denn so sprinten? Das finde ich jetzt aber auch ein bisschen... Du musst nach unten halten, deine Waffe. Und dann kannst du sprinten. Oder du stellst das auf einen Trigger-Knopf ein. Es sei denn, du hast die Index-Controller, dann zackt das schon wieder. Das kann natürlich auch sein, ja. Ey, das funktioniert mit den Index-Controllern. Naja, aber... Naja, es geht, aber das ist trotzdem komisch, wenn die nicht klicken. Ich muss das irgendwie immer so schräg oben links reindrücken. Ey, du Scheiß-Moffi! Ah! Fuck, fuck, fuck. Ich hab irgendwie damit. Ey, wir. Hab Erbarmen! Mit so'n Noob. Hallo, ich kann das doch selber nehmen. Hallo, jetzt hier mal bitte... Keine Beleidigung. Du hast schon mal gewusst, wie man die Waffe hält. Also, ich fühl mich auch als so... Noob ist keine Beleidigung, ist ne Tatsache. Ich weiß nicht, ob ich Zuschauer bin oder ob ich gerade schon mitspiele. Wenn du hochfliegen kannst, wenn du nach oben drückst, dann kannst du nicht mitspielen. Dann bist du ein Geist. Drei Leute noch. Drei Leute noch. Ja, kann ich. Dann bist du Patrick Schweizer. Ach, vier Leute. Oh nein! Ist das Hoshi? Oh, hier ist ein Auto. Ja, hier ist es. Hi! Fuck, 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 fuck! Oh shit, das wird so klein hier! Oh ne, jetzt bin ich raus! Kacke! Komm schon, renn! Kannst du grad in so'n Zaun rein? Nein, ich... Oh Gott! So, jetzt. Jetzt bin ich wieder drin. Oh, da ist ein Bulu. Da ist ein Bulu. Was, wie, wo? Ich bin ein Geist, okay? Oh, kacke! Boah, ich hab den in den Kopf weggespringt! Oh nein, super, Schulz! Was bist denn du für einer, ey? Oh, kacke! Jetzt bin ich wieder in dieser Scheißzone! Das ist viel zu schnell! Das geht viel zu schnell! Ja, dann rennen doch schneller! Ja, wie soll ich denn gleichzeitig kämpfen und rennen? Oh! Kannst du den Server-Settings einstellen, wie schnell die Zone laufen soll? Ja, das können wir mal wieder ein bisschen runterstellen. Dann ist er nur am rennen. Aber ich find's witzig, dass man hier überall die ganzen Geister von den Spielern sieht, die tot sind. Ja, klar, da ist... In welchen Settings kann man das einstellen? Der Server-Kollektion. Toshi! Ja! Unfassbar! Diese Scheiß-Waffe! Oh Gott! Nice! Das ist so geil mit den Geistern hier! Hallo, Geist! Ich will die Katzenmütze! Verdammt! Weißt du? Diese Mütze ist einfach meine! Ja! Mach mal den Fangschirm auf! Nein! Warte, hier ist noch eine! Nimm mal auf! Habe ich die jetzt auf? Nein, ich hab sie mir genommen. Wie kann ich die denn nehmen? Habe ich sie jetzt auf? Nein! Aber die Texturen sind auch voll verpackt. Also dein Gesicht ist unbeträgieren! Dein Bein! Cool! Lol! Das finde ich jetzt wiederkackter! Die Oculus Touch-Controller sind einfach gar nicht unterstützt vom Finger-Tracking! Falsch! Falsch! Und du hast Gesicht auf... Oh Kacke! Ich fall runter und ihr seid doch so rum! Ey, ich wollte gar nicht runterfallen! Du kannst gar nicht laufen! Falsch, Junge! Der schmeißt uns einfach irgendwann runter! Und jemand macht einen Abflug! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Dumm, 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 dumm! Ah, hier gibt's ja Waffenmodel, um schneller zu rennen, ne? Ich verkauf Donuts, okay? Ich brauch ne Waffe! Sieht man irgendwo die Zone? Ja... Die kommt dann... Kann man die Leiter hoch? Ja, ich mein irgendwie auf der Karte... Ja, hab ich auch gedacht, die Karte, aber ich hab auch jetzt keine irgendwie... Oh, ich... Man kann die Leiter hoch, das hat cool... Erde das nur nicht zu lange auf der Leiter bleiben, weil die Zeichen in der Luft... Ich hab ein ganz ernstes Problem, Leute! Und zwar... Neben mir steht einer mit einer übelst fetten Waffe und der hat mich nicht gesehen und ich hab keine Waffe... Falls in der Wand jemanden sich... Woll grad sagen, dann trete ich doch alle mal zur Seite! Ich hab keinen... Ich hab auch keine... Ich hab auch keine Waffe... Den Kopf mehr hat, ich bin's nicht! Also... Hilfe! Alter, wieso ist denn hier kein Visier drauf auf dem Scheiß-Ding? Hier ist aber jeder nur am rumschimpfen hier... Das ist ja echt schlimm! Nein, ich hab keine Waffe! Wer, du schießt auf mich, lass mich einfach in Ruhe! Das ist ja gut! Och... Mir ging's eben auch so... Also hier gibt's nix zum Anvisieren... Ich hab keine Waffe... Aber jetzt... Ich hab mich eine größere gefunden, aber jetzt bin ich auch so fair und erschießt den nicht! Den hab ich da umgenietet! Du Keksbaum, du hast mich umgenietet! Das tut mir leid! Ich bin neu hier und ich werd direkt umgenietet! Wer hat auf mich geschockt? Ey, das sicher wird's mal gar nicht ein! Nein! So! Da hab ich einmal ne Waffe und da werd ich wieder von Wolf gekehlen! Und du gehst du noch? Nein! Fuck! Oh Mann! Auf der Pimaxer SS oder Super Sampling auf 400% gestellt und ich hab 90 Bilder! Ja, das läuft einfach saugeil, das Spiel! Das läuft ja wahnsinnig gut! Das ist so schön schade alles! Kurze Frage, wenn ich da irgendwo Ammo seh, kann ich die Munition wieder auffüllen in meinem Magazin oder wie ist das? Ne, du sammelst die auf und dann kannst du die wie normal halt aus deinen Taschen nehmen! Hä man, jetzt konnte ich hier auf einmal diesen Kack einsammeln! Komisch! Ich find das was geil zu geiler! Merk dir doch mal die Taste mit der du's machst! Ja, äh... Oh nein, die Zone kommt! Die Zone kommt! Die Zone kommt! Oh! Ich hab den Bauch mit nem Sniper! Man hört Voodoo die ganze Zeit nur fluchen, dass alles bei ihm nicht funktioniert und er lebt trotzdem immer bis zum Endgame! Geil, oder? Ja, stimmt! Ja, weil der schummelt! Hä? Ja, ich benutze ja die ganzen Cheats! Sorry! Warte mal! Das ist wie früher in der Schule! Wer im Lauten schreit hat die besten Noten! Ja, ja! Ja, er macht man auch richtig! Er lässt sich mal die blauen Spiele auch anzeigen! Diese Umlaufung! Hahaha! Ich weiß zwar nicht, wegen ich gekillt hab, aber irgendeiner ist tot! Fuck! Ich bin außerhalb der Zone! Ja! Ich war genau in der Zone da! Lass mich in Ruhe! Als ich in der Zone war! Da die Zone! Nein! Ich bin hier im Lagerregal eingesperrt und die Zone kommt! Lagerregal? Und... Lagerregal! Fuck! Hey, wer war das denn? Von zwei Seiten, Leute! Ist das euer Ernst? Och, Horschi, ey, warum erschießt du mich? Lagerregal, welches? Lagerregal! Weiß ich auch nicht! Lager... Lagerregal? Nein! Fuck, ey! Lagerregal! Lagerregal! Ey, der Nächste, der mit mir in der Kühlparty macht das gerne! Geil! Ich will diesen, äh... Unicorn-Schwimmreifen hier! Das sieht ja geil aus! Was für ein Schwimmreifen? Guck mal, da ist ein Einhorn! Das will ich auf jeden Fall haben! Wo siehst denn du ein Einhorn? In dem Swimmingpool, da war so ein Einhorn-Ding! Das will ich haben! Ich guck nachher bei Amazon mal! Achso! Kannst du denn für deine Nächsten Aufnahmen nehmen? Das ist richtig geil! Da vorne, ich hab's! Ich bin, ich bin auf dem Weg in den Pool! Kann man sich die Mützen hier oben nehmen? Komm zum Entchen! Ich hab's gleich! Ja, ich bin bei der Ente! Nein, komm mal! Geht das denn? Ich komm nicht in den Pool! Ey, warte nicht so schnell in das Haus! Die Waffe gehört mir! Geil! Das ist unfair! Ne, ich glaub nicht! Ich hab ne Waffe! Drei! Zwoll haben wir uns jetzt gegenseitig erschossen! Hier erscheint so! Oh man ey! Ja, du erscheinst auch als Geist! Wer war das denn jetzt auf einmal? Alter! Ich hab das jetzt auf keine Waffe gewonnen, das war irgendwie ein bisschen defamierend! Eih, hier ist Wutus Leiche! Ich hab von der letzten Runde! Ich bin tot! Achso, heilig! Achso, heilig! Ich bin schrompte gefordert! Ich bin geglaubt, wenn jemand die Hände hoch! ich habe keine waffe gut zu wissen ich bin jetzt beim lagerregal ich mache nichts was es war nur aus versehen bei mir hast du deine waffe über deinen kopf gehalten ich weiß nicht ich kann mit der pistole nicht ganz miese geschichte scheiße was war das denn beide tot kacke man mit der pistole habe ich dich geholt unglaublich mit dieser komischen waffe da hat man überhaupt keine Kimme und Korn ich schieße mit der Pistole rum komplett am Arsch aber ich habe gesehen wie du den unschuldigen umgelegt hast mit den Händen oben das war die Bestrafung dann ich hatte meine Hände oben und ich wurde erschossen das ist gegen den Warrior Codex jetzt zur Ente ich finde das Einhorn ist viel geiler also ich bin Team Ente wo gibt es hier eine Ente das ist meine Ente ich sag dir nicht wo die ist ich klaus sie hier ich klaus sie hier wie rennt man denn hier? boah ich klaus dir die Ente und erschieß sie da hinten sind noch die Stringer das sehe ich ja mal gar nicht ein er hat mehr Ammo als wer war das wäre jetzt so viel Ammo gewastet er läuft zu schnell Nein 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 was war das jetzt! kann ich irgendwie die schmerzpillen rein schütten oder was wieder ein whisky auf und rein damit das ist ja witzig animationen da zieht so geil aus sind und so das ist ein bisschen blöd ist alles beim spiel zu erklären wir können dass er da mal in ruhe im discord alles alle alle pillen gegönnen stirbt eine überdosis direkt da hinten rum warum zitter ich so das war mal ein adrenalin schub gegeben das werde ich dir jetzt übrigens in jedem kommentar vorhalten also immer ps ich habe nicht okay um 19 uhr gibt es immer eins ich weiß doch gar nicht was heute rausklappt geil das hat cool ausgesehen wie die waffe geschmissen nach wie einfach 200 geist hat man gerade mal so ein spot gehabt und man hingeht weiß man alles klar kann ich mal lang laufen da kommt da raus ich hatte krass was ist das denn für eine map wie cool du heilige scheiße was das denn für die krass wie krass das ist ja hübsch wo soll ich denn hier hin oh gott also der wo sich die augen im boot zu fahren der kriegt irgendwas umsonste frage mal ist ist das hier selda oder was das ja welter windbreaker was zum geier ich bin so eine kanone die ganze map ich bin gerade geflogen hier gibt es noch gar keine waffe kann man die waffeneinzahl auch irgendwie einstellen in der einstellung das ist ja echt viel zu wenig es geht schon los bei mir lädt es auch noch bleib doch mal entspannt was sollen wir jetzt machen kommen wir prügeln uns ich habe auch noch keine waffe gefunden scheiße ey du da unten werf mal schnell eine waffe hoch ja lass uns das erstmal zu ende spielen dann können wir ja wechseln ist da oben auch nichts oder was ich glaube hier gibt es keine waffen friedliche musik und hier sind kisten aber da kann ich nichts mit machen ich war im boot ich war niemand wenn ihr jemand auf dem boot das ist dann nächste runde geht hey leute passt mal auf erst der boot steht drauf item shop vielleicht kann man sagen was kaufen an waffen vielleicht bei den briefkasten da kann man ja genau ich weiß nicht ich bin noch nicht ich bin aber kaputt die kann man nicht öffnen weil ich müsste draufhauen ist das wirklich glaube ich keine sauerweise sind gerade mit einem schwert umgenietest ja das ist ja komplett das ist ja ich mag mich mit dem schild umhauen war so schön am abfeiern ich habe noch nie erlebt dass jemand im pavlof mit einem schwert umgenietest wurde ja hier gibt es gar nichts falls jemand leben braucht hier oben ist anscheinend lebensschreien hier liegen schwerte überall rum ja ok auf schwerte habe ich schon mal sag ich doch canon kann ich die benutzen hä kann ich jetzt mal eben alle selbst erschließen bitte wie denn oh Gott ach ja das stimmt einfach schlecht es gibt leute die haben zwei schwerter und ich habe gar keins das leben ist halt einfach unfair ich genieße die musik auf dem boot es ist so gemein ich brauche es kommt noch die zonen und vorhin kommt der schwert man hau ab lass mich in ruhe haha haha ich lohse mich zum nächsten schwert jawohl oh Gott wo soll ich denn hin ich werde geflogen ins wasser zu springen links in die kanone die kanone ist da nicht mehr ich bin Was ist denn das?